... hier in Lüneburg, Caprera-Seel. Guckt euch das genau an, Lüneburger. Das könnt ihr auch anfangen, denn jeder kann da mitmachen. ... hier in Lüneburg, Caprera-Seel. 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 Musik 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 Applaus Musik Beratere, 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 Beratere. Das war mal ein kleiner Vorgeschmack. Und natürlich immer freitags ab 18.15 Uhr im Studio 2. Gerne vorbeikommen, Probestunde ausprobieren. Vamos, genau.